Karintischer Sommer 2011. 42 Veranstaltungen stehen heuer auf dem Programm des Karintischen Sommers. Das Festival findet vom 12. Juli bis 20. August statt. Intendant Dr. Thomas Daniel Schlee legt den Schwerpunkt auf das Werk des Komponisten Darius Milot aus der Provence. Insgesamt werden von ihm 14 Werke aufgeführt. Das Festivalpublikum erwartet auch heuer eine Reihe weltbekannter Künstlerinnen und Künstler. Die Auftaktveranstaltung erfolgt am Sonntag, dem 10. Juli, auf den Trauterrassen und im Kongresscenter, unter anderem mit dem Eröffnungskonzert des Orchesters der Slowakischen Philharmonie. Es ist das wichtigste, das größte und ich glaube auch künstlerisch bedeutendste Festival Kärntens, eines der bedeutendsten in Österreich und es ist eine Erfolgsgeschichte über mehr als drei Jahrzehnte bereits. Ich bin sehr glücklich, dass heute so viele Menschen zur Programmvorstellung kommen, denn in Zeiten kürzer werdender Mittel von überall ist es auch wichtig, dass die Freunde dieses und die Fans dieses Festivals zeigen, sie stehen dazu. Sehr viele große Stars aus der internationalen Musikszene werden sich beim karintischen Sommer 2011 die Ehre geben. Von den 42 Veranstaltungen, die heuer auf dem Programm stehen, gibt es 20 Uraufführungen. Für ein Festival mittlerer Größe ist dies besonders bedeutsam. Das Programm ist dabei weit gestreckt. Es reicht von der ältesten abendländischen Musik bis hin zu modernen Jugendgruppen und vielem mehr. Die Veranstalter versuchen, die weltbekannten Musikerinnen und Musiker mit bestimmten Themen an das Festival zu binden. Neben einem kompakten, abwechslungsreichen und vielfältigen Programm gibt es aber auch neue Spielstätten, wie beispielsweise jene bei der Landesausstellung in Friesach. Alles in allem wird der karintische Sommer auch heuer wieder den kulturinteressierten unvergessliche musikalische Stunden bereiten.